Hallo und Willkommen zu Jake's World. Heute zeige ich euch ein neues Bruder Video und ratet mal was es ist. Den Brudertanker. Vielleicht machen wir auch noch die Welt, die Bruder vorgeschlagen hat, nach. Aber jetzt erst mal öffnen. Dann könnt ihr sehen, was es ist. Es ist die gleiche Anleitung wie beim Truck. Es ist gar nicht die gleiche. Der Tanker kann Stützen ausfahren. Immer diese doofe, blöde Verpackung hier. Hast du diese Verpackung? So. Die Dice. Schnell noch die Leiter dran bauen. So, jetzt baue ich die Leipsel dran, wo auch gleichzeitig die Stützen dran sind. So, jetzt kommt es in die Koffer. So, jetzt kommt es in die Koffer. So, jetzt kommt es in die Koffer. Ein cooler Tanklastzug. Wir müssen gleich zu der Baustelle, weil die Fahrzeuge brauchen so viel Diesel und Benzin. Da kommen die mit ihren eigenen Tonnen nicht weit aus, also fahre ich jetzt hin. So, jetzt kommt es in die Koffer. So, jetzt kommt es in die Koffer. So, jetzt kommt es in die Koffer. Und woher. 거래. WDR 2021 WDR 2021